Ich habe die Ehre heute den Taunussteiner, den Arbeitskreis Taunussteiner Energiewende, abgekürzt Akte, vorzustellen und habe im Vorfeld darüber nachgedacht, was können wir sagen über uns. Wir können über uns sagen, warum wir das tun, was wir tun. Wir können sagen, aufzielen, was wir getan haben in der Vergangenheit. Wir können sagen, wo unsere Visionen sind, also was bewegt uns, warum tun wir das, was wir mit sehr viel Engagement tun. Wir sind ein Zusammenschluss von Taunussteiner Bürgerinnen und Bürgern, die alle ehrenamtlich arbeiten. Das heißt, wir werden nicht bezahlt, weder von der Stadt Taunusstein noch von der SW oder der Taunuswind. Wir machen das aus persönlicher Überzeugung. Wir haben Unterstützer, ganz viele Unterstützer und wir gehen da auch ganz transparent mit rum. Deswegen kann man auch an dem Stand draußen von der lokalen Agenda und vom Arbeitskreis Taunussteiner Energiewende, kann man sehen, wer uns unterstützt. Es gibt verschiedene Unterstützer, unter anderem den Plottner Verlag. Es gibt Booster, es gibt Fotodesign Peter Wolf, die uns unglaublich intensiv unterstützt haben. Das sind alles Taunussteiner Bürger, so wie Sie und wir. Die sind Ingenieure, die sind Physiker, die sind Wirtschaftswissenschaftler, die sind Hausfrauen, die sind Angestellte, die sind Gewerbetreibende, die sind freischaffende Künstler, die sind Väter, Mütter, Großmütter, Großväter. Also wir bilden einen repräsentativen Schnitt durch die Taunussteiner Bevölkerung. So, was ist unsere Motivation, was sind unsere Werte und Überzeugungen? Uns gibt es seit 2011, seit der Katastrophe von Fukushima. Wir beschäftigen uns aber alle schon sehr viel länger mit der Thematik, denn wir waren alle schon 1986 von der Katastrophe in Tschernobyl betroffen und nachhaltig so beeinflusst von diesen Katastrophen, dass wir gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen was tun. Gesagt habe ich schon, wir sind in einem Zusammenschluss ehrenamtlich tätige Taunussteiner. Hier finden Sie noch den Begriff Mutig, den habe ich deswegen gewählt, weil wir seit Beginn unserer Arbeit festgestellt haben, dass wir, wenn wir uns öffentlich für die Energiewende positionieren, auch mit Gegenwind konfrontiert sind und auch teilweise persönlich attackiert werden. Und da muss man schon ein bisschen Mut mitbringen, zu sagen, in aller Öffentlichkeit, ich will die Energiewende, ich will die Energiewende hier in Traunussteiner. Unsere Vision ist eine lebenswerte Zukunft für die Menschen in unserer Stadt, für die Natur und für die folgende Generation, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Wir setzen uns ein für eine nachhaltige Entwicklung. Warum tun wir das? Das haben wir gesagt, für die zukünftigen Generationen. Und ich habe hier mal das Symbol der lokalen Agenda mit aufgenommen. Hier geht es darum, eine nachhaltige Entwicklung für nachfolgende Generationen in Gang zu setzen, vor dem Hintergrund global denken, lokal handeln. Und es geht immer darum, soziale Aspekte, ökologische, also wirtschaftliche Aspekte und ökonomische und ökologische Aspekte in Einklang zu bringen. Habe ich schon gesagt, Fukushima außer Kontrolle, da sind wir seinerzeit aktiv geworden. Das mahnt uns zum Atomausstieg. Und der Atomausstieg ist ja mittlerweile auch schon gesellschaftlicher Konsens. Das ist schon eine unserer ersten Aktionen. Wir haben den Herrn Kobayashi eingeladen. Der Herr Kobayashi kommt aus Fukushima und hält Vorträge darüber, wie dort mit der Katastrophe umgegangen wird und sammelt auch Gelder ein für Kinder, die dort sehr stark betroffen sind von der Katastrophe. Lokal denken und global denken und lokal handeln heißt für uns, wir akzeptieren den breiten gesellschaftlichen Konsens für die Energiewende. Wir haben also irgendwann den Wandel, die Energiewende bei uns selbst quasi geschafft, indem wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr gegen etwas sein, sondern wir setzen uns für die Energiewende an. Wir übernehmen deshalb auch die Verantwortung für unsere Region und wollen unseren Wald langfristig und nachhaltig vor der fortschreitenden globalen Klimaerwärmung schützen. Und dass das notwendig ist, das sehen wir bei der Katastrophe, der kleinen Katastrophe hier in Bad Schwalbach, dem Tornado, den es da gab. Die Auswirkungen sind erheblich oder die Überschwemmungen in Wiesbaden. Wir setzen uns ein für eine nachhaltige und intelligente Energiewendestrategie in Taunusstallen. Wir zeigen Lösungen auf, auch das ist uns wichtig, also nicht nur wir sind für oder gegen irgendetwas, sondern wie kann man denn jetzt die Energiewende schaffen, auch in Taunusstallen. Und da setzen wir auf Maßnahmen für eine unabhängige regionale Erzeugung, regenerative Energien und die wollen wir auch noch in Bürgerhand haben. Das bedeutet für uns, wenn wir schon auf die Windräder drauf gucken, im Übrigen finde ich persönlich das gar nicht so schlimm, ich finde das ein schönes Symbol für die Energiewende. Wenn wir da aber schon drauf gucken, dann wollen wir unseren Strom von den großen Stromkonzernen unabhängig in unserer Region für unsere Region produzieren. Deswegen wollen wir die Erzeugung regenerativer Energien im Bürgerhut. Wir wollen aber nicht nur das, wir wollen auch aufklären darüber, wie kann man Energie effizienter nutzen und wie kann man Energie einsparen. Als wir unsere Arbeit begonnen haben, sind wir damit konfrontiert worden mit einer Neinsage-Initiative, die gesagt hat, nein, wir wollen keine Windräder in unserer Landschaft, wir wollen keine Solarsubventionen, wir wollen keine Stromleitungen über unserem Dorf. Und wir haben gedacht, also das ist keine Lösung. Wenn wir uns abwenden wollen und die AKWs abschalten wollen, müssen wir umdenken. Deswegen wollen wir die Energiewende und wir wollen sie nicht erst in 20 Jahren, wir wollen sie letzt. Wir wollen die Energiewende in Taunussteinen von unten und gemeinsam gestalten. Von unten heißt für uns, wir wollen kein Windrad auf dem Taunuskamm, was RWE gehört. Wir wollen auch kein Windrad auf dem Taunuskamm, das von Holländern gebaut wird. Wir positionieren uns für die Energiewende und zeigen Möglichkeiten und Lösungsansätze auf. Wir sensibilisieren für die Chancen der lokalen Energiewende, indem wir zum Beispiel auch schreiben an unsere Stadtverordneten, wenn wichtige Entscheidungen anstehen und darüber informieren, dass es ganz viele Bürger gibt, die die Energiewende wollen und dass wir nicht verstehen können, warum dann andere Entscheidungen getroffen werden, auch hier in Taunussteinen. Wir wollen allerdings auch die Diskussion versachlichen. Wir haben festgestellt, dass es ganz viele Fehlinformationen rund um die Energiewende gibt. Es gibt ganz viele Aktionen gegen die Energiewende und ich sage ganz bewusst gegen die Energiewende, obwohl man immer hört, wir sind ja für die Energiewende, wir wollen nur keine Windräder hier bei uns. Wir gehen davon aus, wir werden die Energiewende nicht schaffen ohne Windkraft. Wir brauchen auch die Windkraft auf dem Taunuskamm. Ich werde später noch dazu kommen. Wir überprüfen aber auch die Behauptungen der Energiewendegegner und erklären Sachverhalte. Wir klären auf, wir diskutieren und wir setzen uns damit für den sozialen Frieden in Taunusstein ein. Was wir tun ist, dass wir uns in die lokale Politik einmischen. Wir vertreten die Interessen der Taunussteiner Energiewendebürger. Wir geben Stellungnahmen zum Regionalplan ab, hier insbesondere zum Teilplan erneuerbarer Energien. Hier bei dem Teilplan geht es ja darum festzulegen, wo die 2% Landschaftsfläche sind, auf dem Windräder gebaut werden dürfen. Was dann bedeutet, dass 98% der gesamten Fläche unbebaut bleiben. Hier kann man also versuchen Einfluss zu nehmen darauf, wo die Windräder stehen. Wir führen Gespräche mit Bürgermeister, Parteien, Vereinen, örtlichen Vertretern der Wirtschaft und allen Taunussteiner zu unseren Themen Klimaschutz und auch Windkraft. Wir haben zum Beispiel die Energiegespräche auf der Hohen Wurzel mit energiepolitischen Sprechern von unterschiedlichen Parteien ins Leben gerufen. Diese Filme, die kann man dann auch auf unserer Homepage www.energiewende-taunusstein.de, kann man sich das alles anschauen. Diese Energiegespräche werden auch weitergehen in Zukunft. Wir positionieren uns und nehmen Stellung zur lokalen Energiepolitik. Wir haben beispielsweise Fragen an die Stadtverordneten der FDP, der Freien Wählergemeinschaft und der CDU gestellt. Das ist schon nahezu zwei Jahre her. Wir haben bisher noch keine Antwort auf unsere Fragen erhalten. Es tut uns sehr leid. Wir würden das begrüßen, wenn da diese Parteien auch mal auf uns zukämen. Wir haben schon verschiedentlich versucht, da Gespräche zu führen. Wir würden uns freuen, wenn die mal auf uns zukommen. Wir setzen uns ein für Kommunikation und Mobilisierung zu den Themen Klimaschutz und Atomgefahren. Wir stellen Öffentlichkeit her für die lokale Energiewende. Hier nochmal der Hinweis auf unsere Homepage, die wirklich professionell gestaltet ist und wo Sie auch diesen Vortrag dann wieder sehen können. Wir informieren zu den Sachthemen und stellen Aufmerksamkeit für die Themen her. Wir zeigen auch, wie die kommunale Energiewende gelingen kann. Da hatten wir den Bürgermeister von Mastershausen, den Herrn Christ, eingeladen, um hier auch der Stadt und der Kommune aufzuzeigen, dass es gehen kann und was man alles tun kann, wenn man auch die Windkraft mit integriert. Wir machen verschiedene Aktionen. Hier zum Beispiel haben wir Windräder gebacken. Das war eine Mahnwache für die Opfer von Tschernobyl. Da sieht man nochmal unsere schönen Windräder, die wir gebacken haben. Und das war eine andere Aktion, das lebende Windrad. Hier waren wir im Dunkeln. Jeder hatte eine Fackel und das Spannende war, dieses Windrad hat sich sogar gedreht. Das war gar nicht so einfach, aber man sieht die vielen Unterstützer und viele Zuschauer. Das war eine Positionierung wieder für die Windkraft in Wiesbaden. Das hier ist der Vortrag von Herrn Christ aus Mastershausen. Da gab es doch reges Interesse, auch hier in Traumstein-Hahn. Wir unterbreiten Vorschläge zur lokalen Gestaltung der Energiewende. Wir setzen uns ein für die sachliche Diskussion auf der Basis von Fakten. Das heißt, wir überprüfen dann auch immer, wie ist die wissenschaftliche Stellungnahme zu den verschiedenen Themen. Wir melden uns zu Wort und streiten für innovative Lösungen zur Energiewende. Wir haben zum Beispiel eine Ortsbegehung aller Standorte auf der hohen Wurzel durchgeführt und haben uns die ganz genau angeguckt. Wir haben dann auch ein paar Bilder eingestellt auf unserer Homepage. Hier kann man mal sehen, wie da so ein möglicher Standort wieder aussehen kann. Da kann man vor allem sehen, dass es ein Wirtschaftswald, es gibt relativ viel Windbruch dort. Wir beraten und unterstützen alle Taunussteiner, die mutig genug sind, sich mit der Thematik zu befassen und selbst schon einen eigenen Beitrag geleistet haben zur Energiewende. Wir unterstützen auch die Vereine kostenlos zu allen Projekten rund um die Energiewende. Dazu haben wir einen Energiestammtisch und laden auch alle herzlich ein, hier dazuzukommen. Hier kann man mal eine gemeinsame Aktion mit unserem Energiewendebündnis sehen. Da gab es die große Demo Mainz-Wiesbaden, Energiewende retten. Das war sehr spannend, weil da die Mainzer und die Wiesbadener gemeinsam eine Aktion gebracht haben. Wir waren dabei bei Fahrt zur A, denn Energiewende heißt natürlich auch Verkehrswende, autofrei und Spaß dabei. Das ist nochmal die Demo Energiewende retten, die am 22. März stattfand. Wir haben eine Stromwechselparty organisiert, wo wir darüber aufklären, wie kann man das einfach machen, welche Stromanbieter gibt es, die sauberen Strom anbieten. Wir haben den Tigerstand hier draußen mit viel Engagement und viel Zeit hier zusammengebaut und die ganzen Vorträge organisiert. Wir basteln Windräder mit Kindern. Wir haben jetzt einen Kontakt aufgebaut mit einem Kindergarten, wo wir hinkommen und wir bringen die Bastelmaterialien mit und erklären den Kindern, wie lange wir schon mit Windmühlen auch arbeiten und wir basteln dann gemeinsam Windrädchen. Wir beteiligen uns an der Ehrenamtsbörse, wir unterstützen unsere Bündnispartner bei Veranstaltungen und Aktionen. Zu den Bündnispartnern gehört das Bündnis Energiewende Wiesbaden-Taunus, EWWT, Bye Bye Biblis, der BUNT Taunusstein und Wiesbaden, die lokale Agenda 21 in Taunusstein und auch in Mainz, das Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rhein-Dort-Taunus, die Bürgerinitiative Lebenswertes Neuhof, aber das ist natürlich nur ein kleiner Auszug. Man kann sehen, es sind viele Organisationen, die sich auch einsetzen für die Energiewende. Das ist nochmal unser schönes Banner, Verantwortung übernehmen und Energiewende mitgestalten. Das ist auch die Basis, auf der wir uns mit den Wiesbadenern zusammentun und wir planen sogar, den Eingaukreis noch mit aufzunehmen. Die haben das zumindest beantragt. Die wollen mit dazukommen. Wir wollen mit Windkraft in die Zukunft und gemeinsam den Wandel beflügeln und denken bereits über neue Projekte nach. Eins der neuen Projekte könnte es sein, mit Hessen-Forst Kontakt aufzunehmen und mit Hessen-Forst drüber zu sprechen, inwieweit wir beitragen können zu einer Aufforstungsaktion auf der hohen Wurzel. Wir können uns vorstellen, dass man da Baumpatenschaften übernehmen kann. Da kann man zum Beispiel spenden oder kann einfach den Spaten in die Hand nehmen und kann helfen, selbst dort mit aufzuforsten. Wir müssen das aber erklären mit Hessen-Forst, denn da gibt es noch ganz viele Fragen, die wir erklären müssen. Zum Beispiel die Frage, welche Bäume werden denn den Klimawandel, wie werden diese Bäume den Klimawandel in den nächsten zehn Jahren, welche Bäume können wir pflanzen, wie können die das überstehen, den Klimawandel. Wir bedanken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bravo! Bravo!